Musik Musik Ja hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Bruno aus Galien. Galien, das ist ein Erlebnisfeld, fünf Kilometer nördlich von Horn, im wunderschönen Waldviertel. Wir sind ein Familienbetrieb und unsere Anlage gibt es seit zehn Jahren. Wir haben uns überlegt, wir machen da Fischteiche, ein finnisches Blockhaus, ein Lokal, wo man gut essen kann, nach bodenständiger Waldviertler Küche. Wir haben neun Blockhäuser, in jedem Blockhaus sind sechs Betten drin, Dusche, WC, eine Wohnküche. Dann haben wir fünf Tippis, das sind so Indianerzelte, wo man drinnen im Schlafsack schlafen kann. Hinten haben wir einen Seminarraum für Busgruppen, für Feiern, für Firmen. Ganz hinten haben wir ein Freilandgehege mit unseren Schweinln. Somit haben wir unser gutes Fleisch für die Küche. Wir werden das selber einsuchen, selber säuchen. Somit haben wir ein Haus gesäucht. In den Teichen haben wir Forellen, Saibling, Kapfen, Hecht, Zanderer, Wels, Amur, Dostalop. Und das Lokal hat offen von April bis Silvester. Unsere Feriengäste kommen von circa 150 Kilometern rund um zu uns. Nächtigen dann die Gäste von den 52 Wochen sicher 50 Wochen bei uns. Das heißt, es sind immer Gäste da, die bei uns nächtigen. Im Sommer halt jeden Tag. Im Winter eher nur zum Wochenende. Im Winter, was kann man im Winter bei uns machen? Man kann die Ruhe genießen. Man hat Hüttenatmosphäre. Man kann Eis fischen. Man kann Winter grillen. Man stellt seinen Griller vor das Blockhaus. Setzt sich auf die Terrasse. Trinkt ein gutes Flaschen Wein miteinander. Und grillt im Winter auch seine Fische oder unser gutes Produkt aus der Küche. Dann können wir nur die Kanteen bei uns machen und den corden. Stellen wir es mit einem anderen Methoden. Entfernt einiges Trinkt an. Anhaltende Kassie Mäste, der fische Trinkt bei uns im Winter und die Verkaufel aus dem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020